1, 2, 3, 4 Oh. Oh, was? Oh. Das ist hier von... Das ist Zombie, oder nicht? Werwolf, hier von Michael Jackson, hier singt Thriller. Singt der schon? Performing Art. Was zur Hölle? Na, ich bin raus, safe. Nein, nein, nein. Also wenn er singen kann, dann... Er spielt The Floor is Lava. Kann er singen? Weiß ich nicht, ne? Geil, jetzt müssen wir die Scheibe desinfizieren. Ne, ne, ne. Aber er hat auch Probleme, oder? Er hat Probleme. Ich glaube, ich kann dir nicht helfen. Mich würde das richtig wundern, wenn er... Ich will eigentlich gar nicht, dass die Kuppel hochgeht. Kann die Kuppel bitte einfach unten bleiben? Oder redet er da mit jemandem? Der sieht jemanden, den sie nicht sehen. Wo ist denn der Knopf? Für die Falltür. Das bin ich gespielt. Wie ist denn? Wie ist denn? Ich fühle mich im S Josh-E-H-Gerra? Jetzt fühle mich in einem Druck. Ich fühle mich im S Josh-E-H. Ich fühle mich im S Josh-E-H-Gerra? Ich fühle mich im S Josh-E-H-Gerra? Weil es nicht schwer ist, wie das Wort ist, wie der Kuppel hochgeht. Ich fühle mich im Kuppel hoch. Ah, da ist das Ding zu Ende. Einfach einer der geilsten Nummern. Diese Nummer ist richtig krass. Die war 19% drüber. Hi. Wie heißt du denn? Ich bin Pascal. Und woher kommst du? Aus Dortmund. Und was machst du beruflich? Steuerfachwirt. Ja, performst du denn dann so in deiner Freizeit oder ist das jetzt eine Premiere? Tatsächlich hobbymäßig, einfach nur bei Gelegenheit. Was für Gelegenheiten sind das? Feiern, Treffen. Ich finde es super, dass wir den Song mal wieder gehört haben. Ewig tausend Jahre nicht gehört. Also geil, war auf jeden Fall ein sehr skurriler, absurder Moment. Und es ist noch absurder, wie ruhig und gelassen du jetzt gerade bist. Hast du so eine Jekyll und Hyde Persönlichkeitsspaltung auch in dir drin, dass du sagst, ich kann da austoben, was ich im echten Leben nicht austoben kann? Genau, quasi auch so ein Hebel, den man umlegen kann. Vielleicht ist es auch besser, dass du das machst, weil sonst würden andere Dinge passieren. Also schön, dass du diesen Slot gefunden hast für dich, wo du das rauslassen kannst. Also dankeschön für deinen Aufriss. Pascal, dankeschön! Vielen Dank! Die Lübe zu überzeugen, hätte ich vielleicht noch etwas oben drauf haben können. Vielleicht noch den ein oder anderen Kniff und vielleicht auch noch den ein oder anderen Dance-Move, den wir vielleicht eher typischerweise kennen. Danke!